Herzlich Willkommen bei Vorsprung Elektro. Hier ist der Mike und wir haben uns heute den Skoda Setigo einmal von unten angeschaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schreibt das einfach in die Kommentare, falls euch da was einfällt. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr dies jetzt tun. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, was verändert werden kann, damit das nächste Mal das Ganze besser aussehen kann. Also auf bald, euer Mike.